Hallo, willkommen zu den Dschungelnews. Heute sitze ich neben Husam. Husam ist der beste Freund von Juliana. Juliana hat ja gestern sehr intim erzählt bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus von ihrer Geschlechtsumwandlung. Du kennst sie am besten. Was ist sie für ein Mensch? Sie ist ein sehr offener, freundlicher Mensch. Mit ihr kann man echt Spaß haben. Woher kennt ihr euch denn eigentlich? Wir kennen uns durch eine beste Freundin von ihr, haben uns kennengelernt, sind gleich auf einer Wellenlänge und haben uns echt gut verstanden. Und so ist es auch bis jetzt geblieben. Und was habt ihr für gemeinsame Interessen? Mode, Make-up, Fashion und alles was mit Social Media zu tun hat, da unterstütze ich sie auch ein bisschen. Da arbeitet ihr auch miteinander, auch zusammen? Ein bisschen, genau. Ich unterstütze sie. Welchen Weg wollt ihr denn eigentlich mit Juliana gehen? Ich meine, sie hat ja einerseits diese Sache gemacht bei Germany Next Topmodel und dann Playboy und Dschungel. Sie sagt ja selber, das passt ja eigentlich nicht so ganz zusammen, wenn man international Karriere machen will. Diesen Widerspruch verlierst du ihr den auch? Sie möchte mehr Influencerin werden. Das ist so, glaube ich, ihr Wunsch. Genau. Sie möchte nicht wirklich Direktmodel werden. Und sie versucht natürlich alles ein bisschen aus. Sie ist noch jung und deswegen schaut sie noch so, was ihre Richtung sein wird. Genau. Wie hast du denn jetzt Juliana im Dschungel erlebt, die zwei Sendungen über? Und wie unterscheidet sich das von Juliana im normalen Leben? Also ich persönlich kenne sie natürlich sehr verrückt, laut, offen. Aber jetzt im Dschungel ist sie natürlich ein bisschen ruhiger. Und ich habe jetzt noch nicht so viel mitbekommen von ihr deshalb. Genau. Es hat sich ja auch viel erzählt gestern über ihre Geschlechtsumwandlung. Also sehr offen und freizügig. Hast du das miterlebt, diese Operation, die wohl auch sehr blutig waren und wo auch viele Tränen vergossen wurden? Nein, da habe ich leider nicht so viel mitbekommen. Das war sehr familienintern. Und deshalb, ja. Wie unterstützt du sie jetzt so seelisch? Ich versuche sie, wo es geht, zu unterstützen. Sie ist natürlich eine gute Freundin für mich und deshalb ist mir das auch sehr wichtig. Also egal, wo sie Hilfe braucht, bin ich für sie da. Was glaubst du, wer Dschungelkönig wird oder Königin? Es ist offen. Ich gönne es jedem. Aber ich bin natürlich für Juliana da. Deswegen stehe ich hinter Juliana, ja. Und glaubst du, dass sie schaffen kann? Ja, glaube ich. Warum? Warum? Weil sie die Chance hat, weil sie ihre Fanbase hat und weil sie auch sehr offen reingegangen ist. Also wie soll ich das sagen? Sie ist wirklich bereit dafür und deswegen denke ich schon, dass sie das schaffen wird. Okay, dann wünschen wir ihr das und wir melden uns bei den Dschungelnews wieder morgen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020